Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio in der Senderei Europas Experten stellen sich vor. Heute Gast bei mir im Studio Matthias Beck, Metallblasinstrumentenmachermeister, Profimusiker und Musikpädagoge. Hallo Herr Beck, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Grüß Gott, Frau Schneider. Herr Beck, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuschauern mal so in circa 30 Sekunden vor. Ich bin in einer Kunsthandwerkerfamilie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Die große berufliche Überlegung war für mich Handwerk oder Musik. Als ich dann als 16-Jähriger einen Vollstudienplatz an der Stuttgarter Musikhochschule erhielt, entschied ich mich für den Weg zum Profimusiker. Nach erfolgreichen Abschlüssen spielte ich viel im Sinfonieorchester. Doch die Kunsthandwerker-Gene in mir führten mich zusätzlich zum Metallblasinstrumentenmachermeister. Heute führe ich das Musikhaus Beck mit großer Meisterwerkstatt und neben dem großen Sortiment an Musikinstrumenten produzieren wir Blechblasinstrumente der Marken Beck und Fides. Herr Beck, als Experte für Musikinstrumentenbau, zusätzlich noch Profimusiker und auch noch Musikpädagoge wird man ja jetzt nicht direkt geboren. Wie sind Sie darauf gekommen, sich ausgerechnet mit diesem Thema zu beschäftigen? Musik und Handwerk, damit bin ich aufgewachsen. Das wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Mein Vater brachte mir das Trompetenspielen bei. Er selbst war Drechsler-Obermeister und meine Eltern führten ein Kunsthandwerkgeschäft. Aber meine Eltern tagen genau das Richtige für mich. Sie förderten mein ohnehin schon ausgeprägtes Hobby Musik und ermöglichten mir professionellen Blockflötenunterricht. Als ich mein Flötenspiel derartig verbesserte, schlug mein damaliger Lehrer Hans-Jürgen Hufeisen vor. Matthias, du solltest Musik studieren. Ich war damals 15 und schmiedete eigentlich andere Pläne. Eine Ausbildung zum Instrumentenmacher sollte Musik und Kunsthandwerk miteinander verbinden. Können Sie sich vorstellen, wie meine gesamte Handwerkerfamilie reagierte als Hufeisen sagte, er sollte studieren? Aufnahmeprüfung mit 15? Mit der leisen Annahme, dass es für mich als Jungspun nicht funktionieren würde, ließen mich meine Eltern die Aufnahmeprüfung in Stuttgart absolvieren. In dem Fach Blockflöte gab es damals nur einen freien Studienplatz bei einigen Bewerbungen. Naja, ich habe den Platz bekommen, die elterliche Reaktion. Wenn er das geschafft hat, dann ist dies der richtige Weg. Während des Studiums kamen dann noch die Trompete hinzu und ich schloss als 22-Jähriger mit der Konzertreife, heute der Master, meine Studien ab. Den Wehrdienst leistete ich damals als Solotrompeter im Heeresmusikko 1 in Hannover. Dann stand ich vor der großen Entscheidung. Orchestermusiker? Ich musizierte damals sehr viel als Aushilfe in der württembergischen Philharmonie. Oder soll ich noch eine Handwerkslehre als Instrumentenmacher absolvieren? Sie sehen, dass ich mich für das Zweite entschieden habe und bin glücklich darüber. Bis heute gebe ich Konzerte für ein Musikhaus mit tollen Mitarbeitern und bin ständig mit Musikern in Kontakt. Angefangen vom jüngsten Schüler bis hin zum Orchesterprofi und internationalen Top-Solisten. Herr Beck, was ist das für Sie Besondere an Ihrer Tätigkeit? Was ist es, was Sie an Ihrem Beruf so unsagbar lieben? Oder ganz anders gefragt, wofür brennen Sie? Also brennen tue ich für so viel. Aber mein gesamtes Leben ist voll von Musik. Ich weiß, wie wertvoll und stark die Musik ist. Gefühle werden mit Musik ausgedrückt, Stimmungen vermittelt. Man kann gar nicht früh genug damit beginnen. Interessante Studien belegen, dass Kinder, die bereits in jungen Jahren musizieren, nicht nur bessere Noten erzielen, sondern doch die Musik auch über die Schule hinaus profitieren. Musikklassen in Schulen stärken durch das gemeinsame Musizieren ihr Sozialverhalten enorm. Wie beim Mannschaftssport ist jeder auf den anderen angewiesen. Jeder Einzelne ist wichtig. Man hat einen Wert und man gehört dazu. Dieses Gefühl ist für Kinder heutzutage wichtiger denn je. Es macht mir deshalb unglaublich viel Freude und Spaß, die Kinder, Eltern, Amateurmusiker und Profis mit meinem Wissen als Musiker, Pädagogik und gleichzeitig Instrumentenmacher zu beraten. Mit ihnen in Kontakt zu sein. Und gemeinsam dieses tolle Hobby oder sogar den Beruf zu teilen und zu leben. Und ich brenne natürlich ebenso für meine Meisterwerkstatt mit sechs Instrumentenmachern. Eigene Ideen zu verwirklichen. Eigene Instrumente zu kreieren, zu fertigen. Und dann von international namhaften Musikern und Orchestern gespielt zu hören. Unsere Metallblasinstrumente Beck und Fides werden mittlerweile weltweit gespielt. Herr Beck, auf dem Markt tummelt sich ja eine ganze Menge an Musikhäusern und auch an Musikinstrumentenverkäufern. Was hebt denn sie von all diesen Mitbewerbern ab? Dazu eine Geschichte von Paul. Paul ist ein junger Trompeter, der stolz mit seiner neuen Trompete auf dem Rücken in einem robusten und bequemen Gigback in die Musikschule fährt. Die Eltern freuen sich, dass dies mit dem Fahrrad geschehen kann. Und der Lehrer ist ebenso begeistert, dass Paul mit einem tollen Instrument erscheint. Der Unterricht macht beiden so richtig Spaß und es werden rasch große musikalische Fortschritte erzielt. Auf den Familienfeiern wird Musik gemacht und Opa und Oma freuen sich auf die ersten Weihnachtsfeier. Die Pflege des Instrumentes ist für Paul kein Problem, da auch die Eltern beim Instrumentenkauf die wichtigsten Pflegehinweise gezeigt bekamen. Und sollte mal der eine oder andere Tipp nicht mehr ganz klar sein für den Paul, schaut er sich einfach die entsprechenden Pflegevideos aus unserer Meisterwerkstatt an. Ganz toll findet die musikbegeisterte Familie, dass die E-Mails des Musikhaus Beck an die größeren Pflegearbeiten termingerecht erinnert. Und somit ist Paul auch zu Hause bestens betreut und seine Trompete ist immer bestens in Schuss. Da alles so viel Spaß macht und Paul tolle Fortschritte gemacht hat, denken die Eltern gar nicht mehr daran, das Instrument bei einem eventuellen Unterrichtsstopp einfach zurückzugeben. Dabei würden nur die angefallenen Monatsraten berechnet und die sind sogar günstiger als Mittagern. Pauls Familie war beim Kauf begeistert und als sie dann noch mit uns in die gläsernen Meisterwerkstatt durften und beim Check ihres neuen Instruments, den Instrumentenmaum, auf die Finger schauen konnten, da war sofort klar, wenn doch mal ein kleiner Unfall passiert, stehen sechs Profi-Instrumentenmacher bereit und regeln diese Aufgabe. Auch eine Instrumentversicherung ist möglich. Diese Geschichte von Paul beschreibt das Gesamtpaket des Musikhaus Beck. Der Musiker selbst und seine Musik stehen im Vordergrund, egal ob Anfänger oder Profi. Dafür stehen wir, alle meine Mitarbeiter, die selbst aktiv musizieren und unsere Kunden mit einer riesigen Auswahl an Instrumenten auf drei Stockwerken professionell und mit Leidenschaft beraten. Was sind Ihre besonderen Erfahrungen in Ihrer Tätigkeit, Herr Beck? Ich spüre oftmals eine Verunsicherung der Kunden. Es gibt eine riesengroße Auswahl an Instrumenten, die meistens alle toll und hervorragend beschrieben werden. Wie sollen unbedarfte Eltern eine 49 Euro Möchte-Gerne-Gitarre von einem 400 Euro Instrument unterscheiden? Oder eine Billig-Querflöte, deren Foto genauso schön glänzt wie die zehnmal so teure? Die Kunden suchen Fachleute und eine ehrliche, objektive, professionelle Beratung. Ein Gesamtpaket, mit dem Sie sich sicher fühlen. Beratung, Auswahl, Kaufverläufe, Service, ein Rückgaberecht und dann noch möglichst eine Betreuung nach dem Kauf. Deshalb verschenken wir sehr gerne viel Know-how auf unserem vielbesuchten YouTube-Kanal Musikhaus Beck findet man tolle Videos, die Experten wissen, zu vielen interessanten Themen rund um die Musikinstrumente spannend und kurzweilig vermitteln. Herr Beck, Sie gelten als ausgewiesene Experte auf Ihrem Gebiet. Da haben Sie ja bestimmt schon einiges erlebt. War da auch was Kurioses, was Lustiges dabei? Naja, kurios war, als wir in China zusammen mit dem hervorragenden jungen Trompeter Ruben Simeon in kurzen Hosen vor einer riesenversammelnden Professoren- und Studentenschar aufgetreten sind. Wir wollten eigentlich nur den Konzertsaal begutachten. Ein Symposium stand nicht auf der Agenda. Und plötzlich saßen wir auf der Bühne und unter uns 150 Professoren und Studenten, hervorragend gekleidet. Die Fragen gingen von Chinesisch über einen Chinesen, der studiert hatte in Wien, auf Deutsch und von Deutsch auf Spanisch und wieder zurück. Na ja, in kurzen Hosen auf einem Orchester-Parikett vor toll gekleideten Professoren, das war etwas kurios. Und noch etwas Kurioses vielleicht aus der Meisterwerkstatt. Ein Kunde brachte mir ein Bariton und sagte, das spielt schon ein Jahr ganz komisch. Ich nahm das Instrument in die Hand. Hey, das ist ja viel zu schwer. Was ist da drin? Nichts. Dann schüttelte ich, irgendwas klingt komisch. Dann hatten wir einen Bolzen reingeworfen und geschüttelt und was kam raus? Ein richtig großer, schwerer Notenständer, total verrostet, den er seit einem Jahr in seinem Instrument gepackt hat und da mitgespielt hat. Es gibt noch viel kuriose Sachen, aber das soll jetzt für heute mal reichen. Ja. Was sind denn zurzeit aktuelle Themen, die gerade heute für Ihre Kunden besonders wichtig oder auch interessant sind? Immer mehr Kinder und Jugendliche möchten sich zeitlich nicht mehr festlegen, sich einer Gruppe, einem Verein oder einer Aufgabe verpflichten. Auch einige Eltern haben Bedenken, ihr Kind zu den allgemeinen Belastungen an zusätzliche Wochenendtermine zu binden. Wenn ich an meine Zeit als Jugendlicher denke, war für mich klar, Montag Handball, Dienstag Handball, dann Leichtathletik, Dienstag Musikprobe und am Wochenende dann die Konzerte. Die Woche war sauber gegliedert, wie heute auch. Und es war aber klar, am Tag des Handballspiels gab es nichts anderes, genauso wie bei Musikauftritten, Ständchen oder Konzerten. Man hat sich für etwas entschieden und fühlte sich verpflichtet, die Termine wahrzunehmen. Heute sehen wir uns mit einer Informationsflut und einem Reizüberangebot konfrontiert. Die Schnellebigkeit fordert immer mehr rasche Entscheidungskraft und Standvermögen. Deshalb steht immer wieder die Frage im Raum, welche Art von Musik kann ich mit dem Instrument spielen, mit wem zusammen kann ich das machen und jetzt wie viel Freizeit räume ich dem Hobby ein. Deshalb fließt dieses Thema immer wieder in unsere Beratungsgespräche mit ein. Ich ermutige allerdings stets nicht nur alleine sein Instrument zu spielen, sondern das grandiose Erlebnis des gemeinsamen Musizierens zu erfahren. Herr Beck, welche besonderen Vorteile oder auch Nutzen haben denn Ihre Kunden aus Ihrer Arbeit? Vertrauen und Sicherheit entsteht aus einer ehrlichen Beratung und Betreuung. Unser Gesamtpaket, das ich ja bereits ausführlich beschrieben habe, umfasst die wichtigsten Komponenten. Ein kleines Beratungsbeispiel. Eine Familie besuchte uns und der junge Sohn sollte erstmals eine eigene Trompete erhalten. Bisher hatte er Unterricht auf einem geliehenen Instrument. Das Familienbudget war fest auf maximal 500 Euro beschränkt. Als ich den jungen Burschen Trompete spielen hörte, war mir sofort klar, dass dieser Kerl bereits so gut war, um sein Gönnen mit einem professionellen Instrument weitaus besser zu präsentieren. Ich reichte ihm deshalb nach den Schülerinstrumenten eine Trompete, die für sein Spiel hervorragend geeignet war. Die Familie war erstaunt. Ich riet davon ab, ein Schülermodell zu kaufen und lieber auf ein für ihren Sohn geeignetes Modell noch etwas zu sparen. Ein Mietkauf wurde abgelehnt, das ist nicht unsere Sache, sagte die Familie. Fazit, die Eltern haben sich bei uns bedankt, dass ich ihnen nicht einfach eine 500 Euro Trompete verkauft habe. Sie waren bestätigt, dass ihr Sohn musikalisch auf dem richtigen Wege ist und kamen einige Monate später voller Freude ins Geschäft, um dann die richtig tolle Trompete zu kaufen. Oft ist es besser, ein bisschen noch zu warten. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch, Herr Beck. Wenn unsere Zuschauer jetzt noch Fragen haben, wohin dürfen sie sich wenden? Selbstverständlich hat heute jedes Geschäft eine Homepage. Musikbeck.de bietet mehr als nur eine Homepage und einen Internet-Shop mit all den Instrumenten. Wir haben viele Seiten eingerichtet, auf denen unsere Interessenten erfahren, was die wichtigsten Fragen zum Instrumentenkauf sind. Sie erhalten ein Gratis-PDF zum Ausführen, zum Abhaken. Danach sind unsere Interessenten sehr gut gerüstet, um in ein Beratungsgespräch zu gehen und den Instrumentenkauf mit dem Musikhaus zu besprechen. Herr Beck, ich bedanke mich vielmals, dass Sie heute mein Gast hier im Studio waren und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.